Ein Kilometer Zwei Richard? Keine Ahnung, ich bin Amerikaner. Ich denke in Meilen, nicht in Kilometern. Okay, und was glaubst du, wie viele Meilen das sind? Wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nie erfahren. Du hoffst und du träumst. Du glaubst nicht daran, dass etwas wirklich Besonderes passieren wird. Dann stirbt dein Mann, hinterlässt dir die geheime Karte zu dieser verborgenen Insel und dein Leben verändert sich völlig und du kannst nicht mehr zurück.